Show 49 und wir feiern heute gemeinsam 25.000 Abonnenten. Wahnsinn, oder? Und dafür wollen wir uns natürlich ganz recht herzlich bedanken und sprechen zur Feier des Tages. Deshalb über lebensbedrohliche Krankheiten. Jawohl, da kommt Freude auf. Spaß auf der Seite. Es wird heute wirklich eine sehr wichtige und sehr, sehr spannende Sendung für alle Waldliebhaber, zu denen wir natürlich alle gehören. Mit dabei ist außerdem die Geschichte, wie Cervelo die UCI hops genommen und mit ihren eigenen Regeln geschlagen hat. Und zu guter Letzt kann ich euch auch noch ein Update darüber geben, warum Malik hier in den letzten Wochen nicht mehr auf dem Kanal zu sehen war. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. Also 25.000 Menschen, wahnsinnig viel. Man kann es sich fast nicht vorstellen. Kameramann Tom hat es ausgerechnet. 3.125 Aufzüge voll sind es. Fängt mit dieser Info an, was auch immer ihr wollt. Wir würden uns natürlich absolut freuen, nochmal 3.000 Aufzüge voll zu machen. Es hilft uns wirklich sehr, diesen Content hier zu machen, ob ihr es glaubt oder nicht. Und ich privat freue mich auch ein ganz kleines bisschen. Wir starten diese Show tatsächlich mal wieder mit der Studioeinrichtung. Und wie versprochen gibt es diese Woche kein Bild, sondern Gegenstände. Weil so eine Hütte, so eine Bikerhütte braucht natürlich auch ein bisschen Kleidung. Und was wäre da besser als Trikots? Ein GMBN-Trikot ist natürlich klar. Das kommt an die Wand. Suche aber ich aus. Und für euch zur Auswahl. Aber zwei meiner ersten Trikots. Das ist doch schön. Hier bin ich zuerst in das Banshee-Team. Damals noch Carbocade Racing gewechselt. So einmal. Orange. Fantastisch. Und auf der anderen Seite haben wir O'Neill, die mich netterweise meine ganze Karriere begleitet haben. Und deshalb auch mein allererstes Trikot, das ich mir damals so zusammengestellt habe. Selber noch beflocken lassen. Schön. Und hier oben den Schriftzug designt. Ach ja. Kleines bisschen Stolz auf jeden Fall. Hierfür schreibt ihr bitte einmal A in die Kommentare. Und hierfür B. Viel Spaß. Jetzt gehen wir in die Show. Wisst ihr, woran ich denke, wenn ich an Gefahren im heimischen Wald denke? Wildschweine. Umstürzende Bäume. Spannte Stahlseile. Bären. Wölfe. Okay, jetzt wird es vielleicht ein kleines bisschen wild. Der Punkt ist aber, man denkt nicht hier ran. Ja, könnt ihr nicht erkennen, richtig? Hm? Ich auch nicht. Nur wenn man ganz, ganz genau hinschaut, erkennt man dann nämlich acht Beine und einen wahnsinnig hässlichen Körper. Zecken. Richtig gehört. Die Anzahl der Zeckenstiche in Deutschland pro Jahr geht völlig problemlos in die Millionen. Und selbst wenn man sich nur die wirklich sehr ernsten und bösen Fälle rausgreift, muss man immer noch in die Hunderttausende gehen. Die Zecke, ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist das für uns Mountainbikende gefährlichste Tier im Wald. Und deshalb solltet ihr heute, Gottverdammt nochmal, wirklich ganz besonders gut zuhören. Wobei, das mit dem gefährlichsten Tier, Janik Lange, Down the Race aus Freiburg, der wird da glaube ich nicht zustimmen. Anyway, schauen wir uns die kleinen Tierchen mal etwas genauer an. Über 900 verschiedene Zeckenarten gibt es und 280 von denen können tatsächlich auch Menschen stechen. Stechen ist übrigens das richtige Wort. Beißen ist anscheinend wissenschaftlich nicht ganz korrekt und das wollen wir hier natürlich sein. Aber auch sonst sind die Tierchen wirklich sehr, sehr spannend, muss man sagen. Die haben nämlich einen Speichel, den sie beim Beißen sozusagen absondern können. Und in dem sind einige sehr, sehr spezielle Proteine enthalten. Die sorgen unter anderem dafür, dass unser Blut beim Austreten, wenn man so will, nicht zusammenklumpen kann und somit die Wunde nicht verschließt. Außerdem haben sie in ihren Speicheln mit eingebaut so eine Art Schmerzmittel und sogar einen Immunsuppressor. Und alles das eben, damit sie unser Blut möglichst lange süffeln können. Und das machen sie im Zweifelsfall auch richtig, richtig lange. Teilweise wiegen sie nach der Mahlzeit nämlich das bis zu 200-fache von dem, was sie da vorgewogen haben. Also wirklich absolut unglaublich. Das Einzige, ich sage jetzt mal, Negative an diesen kleinen evolutionären Wunderbürschchen hier, die im Labor übrigens auch mal bis zu 10 Jahre ohne frische Nahrung überleben, ist, dass sie halt auch Bakterien und Viren in sich tragen können, die dann uns wiederum Schaden zufügen können. Was genau bedeutet Schaden in dem Zusammenhang jetzt aber? Wie gefährlich ist so ein Zeckenstich wirklich? In Deutschland sind aktuell vor allem zwei Krankheiten im Kontext Zecke ein großes Thema. Auf der einen Seite haben wir da wesentlich häufiger, tatsächlich mit, ich glaube, über 200.000 gezellten Fällen pro Jahr, Borreliose, Borreliose, das ist eine bakterielle Infektion, die sich vor allem mit Symptomen wie Fieber, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen und so weiter und so fort zeigt. Oftmals kommt es bei Betroffenen außerdem zu dieser charakteristischen ringförmigen Rötung, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ganz wichtig aber, ihr könnt absolut Borreliose mit allen Symptomen, die ich gerade eben genannt habe, haben. Und trotzdem taucht dieser Ring einfach nie auf. Außerdem sehr tückisch, Borreliose kann bisweilen auch erst Wochen oder Monate, nachdem ihr den Zeckenstich hattet, auftreten. Wenn euch also irgendwie mal, wenn es euch nicht gut geht oder sowas und ihr mal Zeckenstich hattet, behaltet es immer im Hinterkopf oder erwähnt, dass ihr Mountainbiker und viel im Wald seid beim Arzt, weil das kann einfach helfen. Ärzte und Ärztinnen sind auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, weil mit etwas Unglück kann so eine unbehandelte Borreliose auch wirklich schnell aus dem Ruder laufen und das wäre absolut unnötig, weil eigentlich kann man das Ganze mit den richtigen Antibiotika relativ schnell wieder in den Griff kriegen. So, Krankheit Nummer 2 ist wesentlich schlimmer, wenn das Ganze symptomatisch wird, aber auch viel, viel, viel seltener. Nennt sich FSME. Das Ding ist, wir als Mountainbiker und Mountainbikerinnen gehören einfach zu einer Personengruppe, die quasi wöchentlich im Wald ist. Und damit kaufen wir uns im Vergleich zur durchschnittsdeutschen, wie auch immer, Schweizer, Österreicherin, keine Ahnung, eine ganze Wagenladung an Losen für diese FSME-Lotterie, wenn man so will. FSME, das ist die Krankheit zu den dazugehörigen FSME-Viren. Man kennt das Ganze vielleicht auch von SARS-CoV-2 und Coronaviren, HIV und AIDS und so weiter und so fort. Ausgeschrieben bedeutet das Ganze Frühsommer-Meningoencephalitis, landläufig sagt man aber auch einfach oft Hirnhautentzündung. Was genau das ist, darüber informiert ihr euch einfach im Zweifelsfall selber. Für uns aber wichtig ist vor allem, dass man bei schweren Verläufen bisweilen sogar Lähmungen da oder bleibende Lähmungen davontragen kann, Schluck- und Sprachbeschwerden und bisweilen sterben sogar Leute an FSME. Okay, wahrscheinlich ist das Ganze nicht. 70 bis 95 Prozent der Infizierten bleiben sogar vollständig symptomfrei. Aber wie gesagt, es besteht da einfach, ich sag mal, ein großes Risiko und das nicht unbedingt sein muss, kann man einfach sagen. Wenn das Ganze bei euch auftritt irgendwie, kann sich das zunächst ebenfalls wie eine Grippe anfühlen. Also wir haben da zum Beispiel Fieber, Kopf- und Gelenkschmerzen. Oftmals klingt das Ganze auch ab, aber bei den meisten, bei den meisten hat es sich damit auch, kann man sagen. Trotzdem gibt es eine kleine Gruppe, bei denen das Ganze dann nochmal ausbricht. Und dann wird das Ganze einfach umso wilder und auch gefährlicher. Hier gilt dieselbe Regel wie zuvor, bei Bedenken auf jeden Fall direkt zum Arzt. Und unter Umständen wird man dann auch recht schnell ins Krankenhaus eingewiesen, sobald es festgestellt wurde. Habe ich euch jetzt genug Angst gemacht? Hoffe ich doch. Nee, Spaß natürlich. Das Wichtigste im Fall eines Zeckenstiches ist nämlich erstmal Ruhe zu bewahren. Idealerweise findet man eine Zecke ohnehin, solange sie noch auf euch rumläuft und sozusagen nach einer guten Einstichstelle sucht. Das kann nämlich mehrere Stunden dauern und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr euch nach einem Ride absucht, dass die Zecke noch rumlaufen wird. Tendenziell suchen die sich Einstichstellen an, ich sag mal, geschützten Stellen, das wird gerade sehr oft Stellen gesagt. Diese Stellen, da sind wir nämlich schon wieder, können zum Beispiel sein, irgendwie Haaransatz, Ohren, Achseln, Kniekehle, Genitalbereich und so weiter und so fort. Wenn die Zecken noch rumlaufen, einfach einmal abwischen, um gut ist. Wenn die Zecke sich schon festgesetzt hat, dann habt ihr idealerweise Spezialwerkzeug auf Vorrat. Also das kann zum Beispiel hier so eine Zeckenzange oder so eine Art Zeckenkarte sein. Ziel dieser Tools und eurer Operationsbemühungen ist es, die Zecke komplett und mit allen ihren Körperteilen von eurem Körper zu entfernen und ganz wichtig, sie dabei nicht zu zerdrücken. Dementsprechend ungeeignet sind also alle Pinzettenarten, die so eine sehr große Greiffläche hier zum Beispiel haben, wie so wuschige Augenbrauen, sag ich mal, braucht. Ein weiterer Fehler, den viele Menschen anscheinend machen, ist es, die Zecke komplett rauszudrehen. Also wenn sie sie gegriffen haben, so rauszudrehen. Was jetzt gleich kommt, ich sag wieder idealerweise, weil ich weiß, es ist manchmal nicht ganz einfach mit den Zecken, aber idealerweise greift ihr sie an ihrem Kopf sozusagen, an ihren Beinchen, an ihrem Mundwerkzeug und zieht sie einfach geradeaus heraus. Wenn das Ganze nicht klappt, kann man wohl so ein bisschen hin und her drehen, das geht dann anscheinend auch noch in Ordnung. Eine Zeckenkarte schiebt man theoretisch einfach drunter und rupft das Ganze dann einmal nach oben raus, aber damit habe ich wirklich gar keine Erfahrung, kann man sagen. Ein weiterer Fehler, der anscheinend ebenfalls gerne gemacht wird, ist, die Zecke vor dem Entfernen mit Desinfektionsmittel oder irgendwelchen Ölen zu behandeln. Das solltet ihr auf jeden Fall unterlassen. Das kann die Zecke nämlich schalou machen, wie man so schön sagt. Und dann unter Umständen übergibt sie sich sozusagen in die Wunde rein und verbreitet da eben dann ihren unter Umständen mit Viren und Bakterien belasteten Speichel. Trotzdem, und das steht fest, man kann sich dieses ganze Trara auch sparen, zum Beispiel indem man anständige Kleidung trägt, geschlossene, lange Hose etc. Man kann sich auch überlegen, ob man bei Wiesentrails vielleicht sogar mal die Socken über die Hose packt. Man kann sich eventuell mit gewissen Sprays einparfümieren, Haut und Kleidung. Bringt das Ganze jetzt 100%igen Schutz? Nein, auf gar keinen Fall. Lohnt es sich trotzdem? Ja, es lohnt sich. So, und damit das Ganze jetzt nicht vollkommen ausartet, machen wir jetzt hier auch einen Schlussstrich. Die Dinger werden hier auch gleich ihrem Feuertod zugeführt, wobei einen kleinen Tipp habe ich noch. Es gibt eine sehr wirksame Impfung gegen FSME und die wird tatsächlich auch von allen Krankenkassen, wenn man da ein bisschen argumentiert, vollständig übernommen. Das ist also auf jeden Fall etwas, worum man sich als Mensch, der auf dem Wald ist, kümmern kann. Und das sage ich als jemand, der kein Medizinstudium absolviert hat. Bespreche ich es also unter Umständen nochmal mit eurem Arzt. Hattet ihr schon mal eine Zecke? Was waren da eure Erfahrungen? Geschichten sind in den Kommentaren natürlich sehr willkommen. Genauso irgendwelche Tipps über Hausmittelchen, die angeblich oder nach Erfahrung etwas bringen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt, völlig untypisch, als nächstes die News. Die werden heute so eine Kombination aus Race und Tech News. Es ist einfach schon wieder sehr viel passiert am Wochenende, kann man sagen. Natürlich allen voran der Cross-Country-Weltcup in Novemesto in Tschechien. Wir haben ja auf unserem Kanal hier unter anderem die Zusammenfassungen der deutschen Übertragung gezeigt, die ich übrigens, wie ich finde, wirklich, oder die habe ich sehr genossen, so kann man das einfach sagen. Till Schenk und Sabine Spitz haben da in der Kommentarbox einen sehr, sehr guten Job gemacht, finde ich, für das erste Rennen. Sehr, sehr viel Expertise am Start gewesen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ansonsten war in Österreich die Downhill-Meisterschaft, kann man das so sagen. Da ist eigentlich nichts Nennenswerbes passiert. David Trummer hat seinen siebten Meistertitel, meine ich, geholt. Weil die Hölle hat auch ihren Schlag mich tot. Also nichts Neues in der Republik Österreich. Andi Kolb leider gecrashed, glaube ich. Vielleicht klappt es ja nächstes Mal endlich. Ansonsten in Zürich war ein Slopestyle-Element am Wochenende. Der Zürich Slopestyle, wie ist das Ganze, glaube ich. Da gab es vor allem sehr, sehr viel Regen, aber auch erstmals eine Frauenkategorie. Die hat Patricia Druven Jahrgang 2007 aus Deutschland heimgeholt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Der beste Dachsportler war Nick Schubert auf Platz 3. Jetzt gehen wir noch mal ganz, ganz kurz zum Cross-Country-Weltcup zurück. Da ist nämlich was Spannendes passiert und ich habe es vorher schon im Intro angekündigt. Cervelo ist mit einem neuen Rad angereist und zwar einem Full-Suspension-Bike. Cervelo hat mit PON dieselbe Dachfirma, kann man so sagen, wie Santa Cruz. Dementsprechend haben wir da, ich sage mal, ein style- und geotechnisch etwas angepasstes Santa Cruz Blur. Interessant aber vor allem die Dämpferwahl von Teamfahrer Milan Bader. Es ist nämlich so, dass, ich sage mal, als schneller Cross-Country-Fahrer, Fahrerin, muss man sowohl im Short-Track starten, als auch in der olympischen Distanz am Sonntag. Die UCI hat sich jetzt aber ausgedacht, aha, um das Ganze spannender zu machen, muss man bei beiden Events dasselbe Fahrrad fahren. Und da ist natürlich immer die Frage, weil für den Short-Track braucht man oftmals nur ein Hardtail, für das olympische Rennen braucht man oftmals das Full-Suspension-Rad. Das Team Jumbo-Wismar von Milan Bader hat sich aber gedacht, wir sind besonders schlau und haben einfach so eine Art gefrästes Stahlstück mitgenommen und haben das eingespannt, da wo der Dämpfer war. Das heißt, sie sind dann im Endeffekt im Short-Track ein effektives Hardtail gefahren und für die olympische Distanz haben sie dann einen Dämpfer eingebaut. Das finde ich auf jeden Fall irgendwie stark, irgendwie auch sehr professionell. Ich frage mich, was passiert, wenn jetzt mal ein Amateursportler das so eine Saison fahren würde, aber für so ein Elite-Team auf jeden Fall irgendwie eine coole Sache. Als nächstes schauen wir uns ein Fahrrad an. Wie sollte das nicht anders sein? Bisschen, bisschen neue Fahrräder gibt es natürlich immer. Und dieses Mal ist es das Deviate Highlander 2. Deviate ist eine weitere Firma, die sich nach letzter Woche eben verbinden, High Pivot komplett in die Firmenphilosophie reingeschrieben hat. Das Highlander 2 soll eine Art ultimatives Trailbike sein. Es hat 145 mm Federweg hinten und 160 mm vorne. Da kann man natürlich die Frage stellen, wo fängt ein Enduro-Bike an? Wo hört ein All-Mountain-Rad auf? Am Ende soll es einfach ein Fahrrad sein für Leute, die nur ein Fahrrad haben wollen. Und das finde ich erstmal einen richtig coolen Gedanken. Und das Rad ist auch wirklich cool, kann man sagen. 25 mm versetzt sich das Hinterrad beim Einfedern nach hinten. Also das Rad wird länger. Das ist ja bei allen oder fast allen High Pivot-Rädern so. Ansonsten haben wir eine wirklich sehr, sehr schöne Lösung für die Kabel. Die verlaufen nämlich unter dem Oberrohr, wenn man so will, in so einer Art Kanal. Und das finde ich wirklich sehr angenehm. Ist vor allem beim Rennenfahren sehr geschickt, wo schnell mal was kaputt geht. Der Dropper verläuft natürlich noch im Rahmen. In der Vergangenheit hat er, glaube ich, ein bisschen geklappert bei Deviate. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das in den Griff bekommen haben. Ansonsten ist durch die Konstruktion auch wirklich viel Platz für Wasserflaschen und ähnliches Zubehör. Kann man auch gut mal unter das Oberrohr oder ans Unterrohr heranschrauben. Das ist eine coole Sache. Und die Kette muss 126 Liter haben bei der Stock-Kassette und so weiter und so fort. Und das ist vor allem deswegen witzig, weil man Ketten in 126 Gliedern kaufen kann. Das macht die ganze Sache irgendwie ein bisschen einfacher. War wahrscheinlich mehr Zufall als alles andere. Aber es hat so eine Gadget-Artigkeit. Und damit hören wir jetzt das Ganze auf. Das Fahrrad hat außerdem noch eine Möglichkeit, Fett in die Lager und Gelenke reinzuspritzen. Also das kann man von außen tun, ohne die Lager etc. rausholen zu müssen. Also das macht den Service auch da wieder ein bisschen einfacher, ein bisschen rennoptimierter vielleicht sogar. Also auch das ist irgendwie eine schöne Lösung. Wäre mal spannend zu wissen, wie das dann im Alltag funktioniert. Heute mal wieder mit dabei. Sprechen Sie Mountainbike. Es werden mal wieder Mountainbike-Begriffe erklärt. Und das aus einem sehr guten Grund in den Highlights von unserer Übertragung des Cross-Country-Weltcupes kam es nämlich zu einem kleinen Problem. Da wurde nämlich ein Tabletop mit einem Whip verwechselt seitens Tom Pitcock. Und mit diesem, ich sag mal, Fehler räumen wir hier heute auf. Wie so oft gehen wir auch heute auf etymologische Spurensuche im Englischen. Mit Whip bezeichnet man dort eine Peitsche und von deren Bewegung leitet sich auch die Bezeichnung des gleichnamigen Fahrradtricks ab. Im Gegensatz zum artverwandten Scrub ist dem Whip jedoch keine funktionelle, sondern lediglich eine ästhetische und performative Funktion zuzusprechen. Der oder die Mountainbikerin schanzt sich dabei mit dem Rad in die Luft und stellt dabei durch eine flüssige Bewegung aus Oberkörper, Längstange und Hüfte das Rad in der Luft quer zur Flugrichtung. Ziel ist es dabei, Beyond 90 zu gehen, also das Rad um mehr als 90 Grad entgegen der eigentlichen Flugrichtung zu drehen. Zusätzliche Stilpunkte können FahrerInnen erlangen, indem sie das Hinterrad über dem Vorderrad positionieren, wodurch ein sogenannter Moto-Whip entsteht, den wiederum der motorisierte Zweiradsport hervorgebracht hat. Für unsere deutschen Lande besonders typisch ist der sogenannte German Whip, wobei Flüssigkeit, Style und Flow der Bewegung gehen null wandern und Zuschauende ein lediglich mit der Hüfte zuckendes Spektakel beobachten dürfen. Ja, und jetzt von, ich sag mal, locker leichter Unterhaltung zu einem etwas schwereren Thema. Vielen von euch, wahrscheinlich allen von euch, ist aufgefallen, dass Malik in den letzten vier Wochen hier auf dem Kanal eigentlich nicht mehr zu sehen war. Leider ist es nun an mir, euch mitzuteilen, dass Malik nicht nur für eine gewisse Zeit raus war, sondern gekündigt hat. Wir, also vor allem unser kleines Team hier vor und hinter der Kamera, werden und vermissen ihn total. Und wir wollen ihm aber auch vor allem danken für das ganze Herzblut und für die ganze Expertise, die er im letzten Jahr hier in den Kanal reingesteckt hat. Wir wünschen ihm natürlich auch wirklich nur das Allerallerbeste für die Zukunft. Und weil ich mir sicher bin, dass weder wir noch ihr ihn allzu schnell als Teil des Kanals hier vergessen werdet, kommt jetzt einfach nochmal ein Highlight Reel mit den absolut schönsten Szenen des letzten Jahres. Bis zum nächsten Mal. Der Hänger der Woche gibt es natürlich auch diese Woche wieder. Und zwar, ich sag mal, es wurde von unserem Kameramann Axel an uns herangetragen. Der ist viel mehr BMX unterwegs und hat uns was von den Straßen geschickt. Und zwar von Niklas Tilg, der ist mit einem Dirtjumper Streetbike unterwegs. Und dreiert sich hier wirklich komplett aufblöd auf so eine Straße runter. Es ist ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Manöver. Es ist sehr, sehr beeindruckend, wie er das gehalten hat. Ja, nachmachen würde ich es nicht wollen. Das Wichtigste im Verlauf der nächsten Woche ist natürlich jetzt erstmal das Dirtmasters Festival, das gerade jetzt auch stattfindet. Wir werden gerade jetzt da sein und ihr kriegt das ganze Wochenende über von uns, den allerfrischesten Content im ganzen Internet. Wir werden euch Highlights von den Whip-Offs, vom Slopestyle, von der Enduro-DM und vom Downhill bereitstellen. Denn nächste Woche geht es dann spannend weiter am Mittwoch. Und zwar mit einem Video, ob man mit dem Handy seine Suspension ein bisschen verbessern kann. Slow-Mo und so weiter und so fort. Finde ich ziemlich spannend. Am Freitag gibt es eine weitere Show. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt alle den Laptop zu. Wenn ihr die Chance habt, nach Winterberg zu kommen, tut es am Wochenende. Ich glaube, das wird ziemlich witzig. Wenn ihr keine Lust habt, auf dieses Festival zu gehen, dann schaut doch mal ins Global Bike Festival rein. Das ist nämlich wirklich auch eine sehr, sehr coole Veranstaltung, die in genau einem Monat stattfindet. Tickets jetzt zu kaufen, wäre der, ich sag mal, ideale Zeitpunkt. Ich freue mich da mindestens genauso sehr drauf, wie auf das Dirtmasters Festival. Laptop geht zu. Like auf das Video geht noch drauf. Abonniert haben schon richtig viele Leute. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich auch noch die nächsten Fahrstühle vollkriegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Okay. Ich muss den Laptop doch nochmal wieder aufmachen für den Gag. Wir haben vorher JetGPT gefragt, ob es irgendwelche tollen Vergleiche hat für 25.000 Menschen. So im Sinne von dem Aufzug oder Fahrstuhl, wie auch immer. Und es hat folgenden Witz generiert. 25.000 Menschen? Das ist wie ein übervollter Supermarkt, in dem jeder versucht, gleichzeitig das letzte Stück Schokolade zu ergattern. Absolutes Chaos und ein wahrer Schokoladenrausch. Macht euch, habt keine Angst vor AI, Leute. So schlimm kannst du ja.